Hallo zusammen, ich wollte euch nur mal kurz auf den Laufenden halten, wo ich mich zurzeit befinde. Und heute Abend stehe ich am Nordkap bei einem herrlichen Sonnenuntergang, wie ihr sehen könnt. Und einem tollen Blick auf die Kugel, die hier alle begehren. Also, auch das wird euch erwarten in den folgenden Videos. Macht's gut, euer Markus. Noch einmal mit dem schönen Sonnenuntergang hier.